hallo ich begrüße euch hier aus portugal ich bin elli bei instagram kennt man mich als elli da mache ich ziemlich viel mit holland ich darf aber auch beim ocean support summer camp mit dabei sein hier in portugal und deswegen starten wir auch heute von hier aus das live shopping event das thema ist quasi die travel must haves also was braucht man bei einer reise wie nimmt man es mit wie kann man es kombinieren ich erkläre einmal kurz für euch nochmal das tun an sich wie das hier beim live shop kleiner kasten in dem kasten da seht ihr immer alle teile ich komme jetzt einfach mal näher zu euch alle teile über die wir aktuell sprechen was der jeweilige an hat und so weiter wenn ihr darauf klickt kommt ihr in den shop ihr könnt die sachen in den warenkorb tun ihr seht uns aber auch weiterhin in klein unten das heißt ihr verfolgt den stream die ganze zeit und fliegt auch nicht raus kommt ganz in ruhe sachen wie gesagt in den warenkorb tun klickt ihr unten wieder auf uns werden wir wieder groß und können miteinander kommen kommunizieren ich würde mich auch sehr sehr freuen wenn ihr dies tut also gibt euch gerne ihren chat namen und kommentiert fleißig unten in der leiste seht ihr auch noch die die anderen kästen da sind alle sachen aufgelistet oder erscheinen alle die wir generell haben also den überblick über den ganzen abend auch da das gleiche klickt ihr drauf seid ihr im shop könnt die sachen im warenkorb tun und weiterhin verfolgen und so weiter noch mal zum chat ich würde mir sehr sehr wünschen wenn ihr aktiv seid meine community weiß das schon verteilt auch gerne herzen stellt uns fragen dafür sind wir live um wirklich mit euch zu kommunizieren und ja ich muss mich ganz ganz kurz einmal kurz orientieren ich habe heute auch einen ganz tollen gast den ich sehr sehr mag und natürlich gibt es einen coolen code für euch und auch ein gewinnspiel es lohnt sich also auch wirklich bis zum ende drin zu bleiben denn das gewinnspiel wird größer und größer je länger ihr drin seid es geht um die travel must haves ihr kennt das vielleicht wenn man in den urlaub fährt und weiß nicht so wirklich was man mitnehmen möchte man möchte eigentlich viel mitnehmen man möchte aber auch wenig platz im koffer verbrauchen und deswegen möchten wir euch heute zeigen wie ihr eben die sachen oder mit wenig teilen viele looks kreieren könnt und wie ihr es eben auch platz sparen zum beispiel verstecken könnt ich habe verstauen könnt nicht verstecken ich habe auch noch kleine challenges für unseren gast und damit ihr sehen könnt wie das alles läuft dann eben ein code unter auch das gewinnspiel der code steht auch hier unten am besten screenshottet ihr euch den mal schickt den euren freunden und eurer mama wem auch immer denn der code ist mega ihr bekommt mit dem code reise 30 prozent rabatt und bis 0 uhr wenn ihr vor 0 uhr einkauft ein pfeil aus dem friegel chooser und alles was ihr hier auf der stange seht ist im friegel chooser unter anderem zum beispiel auch den jumpsuit den gab es noch nie das ist ein premium teil den gab es noch nie im frügel chooser der war super schnell ausverkauft beim letzten mal und der den könnt ihr sogar gratis bekommen der mindestbestellwert liegt bei 89 euro wenn ihr aber heute abend nicht dazu kommen der code gilt länger bis zum 1.06 dann allerdings nach 0 uhr gibt es nur noch die 30 prozent aber ohne mindestbestellwert so oder so lohnt es sich und ja da möchte ich euch auch direkt mein set zeigen was ich anhabe das ist mein travel macht das ist heute gelangst werden gewonnen gelangst worden so nennt man es super super schön ist aus bio baumwolle ganz ganz angenehm es gibt es auch noch in einer anderen farbe in schwarz und als andere große die ist ein bisschen kürzer 7 8 die hat hier unten auch den schlitz und die sachen sind super super angenehm wirklich seht ihr das das ist so ein ganz feinere der hier ist ein bisschen gröber also echt traumhaft schön ist auch limitiert deswegen seid am besten schnell wenn ihr wie ein gachern möchte ihr habt heute wirklich die chance weil es heute erst gelauncht ist deswegen noch sind teile da aber seid schnell und reise denn und eben auch noch ein teil vom free gift schüler gratis mindestbestellwert liegt bei 89 euro da erkläre ich jetzt noch mal ganz kurz ich bin ein krasses mathe brain bei meinem set jetzt was ich zum beispiel an habe das kostet normalerweise 129 euro wenn wir die 30 prozent rabatt abziehen sind wir bei 90 euro und dann dürft ihr euch ja noch ein teil aussuchen nehmen wir jetzt beispielsweise die david pen eine der besten hosen auch zum holland super angenehm liegt normalerweise bei 65 euro ihr spart also jetzt wenn ihr den kund reise jetzt benutzt und zum beispiel das kaufen möchtet ganze 104 euro über 100 gespart nur durch das nutzen des codes und bei den gewinnspielen möchte ich euch zeigen was wir als gewinnspiel haben ihr seht hier die summer bag die ist von oceans apart mega mega cool gerade als strandtasche aber auch zum shoppen in der stadt da passt sehr sehr viel rein ihr werdet auch gleich sehen wie viele reinpackt denn ich mache die einmal voll für euch das ist das gewinnspiel ich werde die während des live shoppens immer ein bisschen weiterfüllen ihr nehmt am gewinnspiel automatisch teil wenn ihr den mit dem code einkauft also nutzt den code reise spart die 30 prozent bekommt ein teil gratis und landet auch direkt im losstopf so nennt man es das gewinnspiel geht bis zum 21 sechsten genau so lange ist auch der code reise gültig wie gesagt bis 0 uhr mit 89 euro letzten teil gratis danach nur noch die 30 prozent wir befüllen auch gleich die tasche ich möchte aber jetzt erst mal die liebe pam zu mir bitten hallo ja ich freue mich wirklich sehr dass ich dabei sein darf ich bin auch dabei beim oceans apart summer camp ich freue mich wirklich sehr hier seid ihr zu dürfen die zeit mit euch verbinden zu dürfen und es werden spannende tage genau und sag doch mal gerne was dein sommer macht diese sonne also leute vorhin hat mir wirklich wenig sonne aber jetzt gerade wahrscheinlich so richtig rein das ist so warm ich komme jetzt einfach mal ein bisschen vor damit ihr das alles besser sehen könnt ich habe hier nämlich den serenity t-shirt bra an t-shirt weil hier einfach sieht man natürlich sieht aus wie ein t-shirt ich bin wirklich sehr sehr schön mit der raffung hier und ich habe ja eine relativ große oberweizen deswegen ist es wirklich ein richtig richtig guter bra der hält alles gut zusammen hat heraus den badekapps und ich finde es super dass es hier einfach so hoch geschlossen ist und auch von hinten voll schön mit dem ja das ist ja die nähte hat das macht auch von hinten nochmal ganz besonders ach ja stimmt da jetzt sieht man die genau und ja also ich trage hier oben eine m wenn ihr es aber jetzt nicht so eng wirkt hier zum beispiel dann könnt ihr ruhig auch eine l nehmen das würde mir jetzt theoretisch auch passen aber eine m passt hier ganz gut ich trage generell bei den oceans aparts bras eine m und mein highlight was ich hier anhabe die bell pennt ich weiß ich hoffe man sieht ich hoffe man sieht die ist ja auch ganz besonders weil die hier eine naht hat und das bringt den boden auch mal richtig schön zu geben vor allem die sonne sieht das gerade richtig gut aus aber sie ist immer gut aus und gerade mit der hose knaller sie sind mir richtig gut und die hat ja auch noch mal hier so eine kordel da könnt ihr das noch mal schön zusammenschnüren falls jetzt enger haben wollt aber dieses auch so wirklich einfach mega richtig gut richtig gut und auch hier noch mal zur erinnerung der code reise wenn ihr das set zum beispiel kaufen würde das würde so jetzt in kombination 139 euro kosten mit dem code reise kostet es nur noch 94 euro 50 ein teil gibt es dann gratis wie gesagt der mindest bestellwert ist 89 euro der wäre damit aber ja locker erfüllt dann nehmt ihr zum beispiel tja was nehmen wir denn mal eine short wenn ihr die dazu nehmt die kostet normalerweise 55 euro das heißt ihr spart na hast du gerechnet ich bin nicht so gut an natte aber ich weiß dass du so ein natte brain bist das krass ist ein natte brain nein 95 euro spart ihr also auch wieder fast 100 euro sparen nur durch das nutzen des codes richtig gut und ich möchte jetzt auch mal schnell das erste set in die gewinnspiel tasche packen bist du so freundlich und hält sie auf ich packe dieses set da rein leute die farbe ist so so schön auch mega angenehm ganz ganz weil es fühlt sich wirklich immer an wie eine zweite haut und es kommt jetzt einfach in die tasche das heißt ihr könnt es gewinnen und zwar einfach nur indem ihr mit dem code einkauft ihr benutzt den code reise shoppt was ihr shoppen möchtet und seid automatisch im los topf des gewinnspiels und das gibt er geht bis zum 21 sechsten haben wir ne juni falls ihr die pant übrigens noch geschafft also die solltet ihr euch wirklich in den warenkorb packen gibt es auch noch in mehrere farben ich habe sie zu hause noch in flieder das ist ihr also das must have ne ja also tatsächlich momentan ist das wirklich meine ja schau mal wie oft ich mich jetzt auch schon umdrehe ne die mag es aber auch bei jedem ein ich meine ich habe auch einen schönen Po in der Hose ne das will ich jetzt mal auch kurz erwähnen aber in der Hose ist es einfach der Knaller absolut es soll aber nicht bei einem Look bleiben deswegen würde ich gerne mal sehen wie man sowas auch anders kombinieren können weil wir eben zeigen wollen wie man es machen kann weil man möchte im Urlaub oft nicht so viele Teile mitnehmen und trotzdem neuen Look kreieren deswegen würde ich mich freuen wenn du den Zuschauer mal zeigst wie du daraus zum Beispiel ein Ausgehoutfit kombinieren kann oder wie man irgendwas gemütliches daraus machen kann ja deswegen würde ich dich bitten dich einmal umzuziehen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt dann stellt sie gerne macht Anregungen rein schreibt auch gerne mal welches Set euer Lieblingsset ist ich möchte euch auch zeigen wie ich eine Hose zum Beispiel falte damit sie möglichst platzsparend mit auf Reisen gehen kann das ist das Tolle bei Ocean Superd gerade bei den Hosen und auch bei allen Teilen ihr könnt sie super klein falten die sind sehr leicht das heißt ihr habt nicht so viel Gewicht könnt sie klein packen habt eben noch nicht so viel Platz verbraucht und könnt mehr mitnehmen und wenn ihr sie dann im Urlaub oder wo auch immer wieder raus nehmt sie sind nicht zerknittert ihr habt sie wieder falten frei könnt sich einfach anziehen und so das ist nicht das schönste Rollen was ich gemacht habe aber man kann es auch ein bisschen ordentlicher rollen und richtig klein in dem Koffer oder der Tasche oder was auch immer verpacken also das ist nochmal so ein kleiner Tipp um wirklich wirklich viel mit rein zu tun ohne dass es knittert ja und Leute übrigens die Hose ist meine absolute absolute Lieblingshose die Joypen meine Community die kennt die schon die ist so die hat so ein Mesh Einsätze und die ist der knaller 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 wenn ihr shoppen möchtet denkt bitte an den Code der lautet Reise ihr spart wie gesagt 30% bis 0 Uhr der Mindestbestellwert liegt dann bei 89 Euro ihr spart wie gesagt die 30% und könnt euch ein Teil aus dem Free Gift Chooser aussuchen zum Beispiel auch die Pen die mir hier gerade fast runter hält die ist nämlich auch im Free Gift Chooser dabei genauso wie alles andere was ihr hier seht auch zum Beispiel für die Curvys unter uns denn auch denn es gibt auch viele Teile mittlerweile für Curvys bei Ocean Coupard auch die sind mit im Free Gift Chooser ich sehe aber jetzt auch schon dass die tolle Nock da steht die zeigt euch auch mal wie sie das Outlook kombiniert kommt gerne rein Hi Ellie, da ist sie ja genau also ihr seht schon hier ich habe nämlich das T-Shirt Bra an den vorher die Pam an hatte und ein bisschen legerer cooler und casual kombiniert vor allem hier mit meinen Flip Flops perfekt für einen Strandvormonaren Walk oder einfach runter man geht Eis essen Autofahrten oder man möchte mal kurz an den Pool schillen und ich finde diese Farbkombi ist ja so süß oder? voll! absolut! ja ihr könnt unten mal kommentieren wie ihr diese Farbkombi findet das ist nämlich die Shorts aus der neuen Frottee Collection die gibt es übrigens in anderen Farben Leute es gibt die nicht nur in der Farbe ich hole jetzt einfach mal während Nock da noch ein bisschen für euch tanzt auch ein paar andere Farben weiß und schwarz gehen immer ich finde schwarz richtig richtig gut es gibt sie aber auch in einem richtig schönen wie nennt man die Farbe? ja pastell mintgrün würde ich sagen pastell mintgrün würde ich dann auch sagen und pastellgelb richtig schön dazu habt ihr auch nen passenden Hoodie und nen passenden Bra ähm von warte ah jetzt haben die sind die auch drin aber das ist wirklich wirklich schön auch eben mit den passenden Bras dazu genau genau seid gerne mal dazu ich seh aber auch schon Pam ähm so das ist das und ich kann ja auch mal kurz sagen welche Größe ich trage ich trage nämlich die Größe M hier oben und Größe S in der Pant und ich bin 1,67 groß wir haben gerade eine Frage aus der Küche gehört genau von der Toni die fragt wo wir gerne hinreisen also aktuell gerne wirklich nach Portugal es ist wirklich wirklich schön hier es ist wunderschön hier und wo reichst du gerne hin mit deiner Familie? hm das ist ne gute Frage also wir nächsten Monat tatsächlich nach Griechenland oh das ist so schön da waren wir letztes Jahr nämlich auch und den Sommerurlaub müssen wir gerne nochmal wiederholen also es gibt viele schöne Orte wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist es ist eigentlich überall schön ja und es wird auch gefragt wie groß ich bin wie groß bist du denn? leider keine 1,67 ich wünschte ich wäre es auch aber ich bin 1,61 größer als Pam ja und welche Sets du trägst also die Größe S? ich trage immer Größe S oben und unten oben und unten alles gleich egal welche Sets ja ja außer zum Beispiel auch das Sweet T-Shirt T-Shirt Bra nehm ich auch oder würde ich auch in M nehmen glaube ich ich habe es in S und ist ein bisschen eng am Arm deswegen da in M aber ansonsten trage ich eigentlich alles in der Größe S genau es hat so ne engere Passform deshalb könnte man ne große größer nehmen es sieht angezogen geil aus aber ich bin ehrlich zu euch ich fand es schwerer wieder raus zu kommen deswegen würde ich sie nun mal größer nehmen ich sehe aber auch schon Pam sie steht da und sieht gar nicht mehr nach Sport aus ne 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 sieht aber schön aus ich lass euch mal hier alle ja bis später dankeschön ja ich bin wieder zurück ich bin fertig zum Ausgehen beziehungsweise zum Essen gehen zum Dinner ich habe jetzt einfach nur einen Blazer drüber gezogen ich glaube also jeder sollte mittlerweile einen Blazer zuhause haben einfach schlicht und schwarzen und hab die jetzt mit Boots kombiniert ähm und das ist wirklich ganz genau das gleiche Set wie was sie gerade auch anhat sie hat keine andere Hose sie hat kein anderes Oberteil ihr seht also die Sachen sind nicht nur zum Sport tragbar sondern wirklich im Alltag zum Essen gehen ja wie auch immer das sieht auch wirklich wirklich gut aus und es ist trotzdem noch extrem bequem ich möchte an der Stelle gerne nochmal an den Code erinnern wenn ihr shoppen möchtet der Code lautet Reise ihr spart 30 Prozent und bekommt ein Teil aus dem Fliegiftschuser gratis wie gesagt es gibt auch was für die Curbys es gibt auch die Sweatpants es gibt ganz ganz viel oder halt auch eben ganz klassisch zum Sporten da habt ihr eine tolle Bewegungsfreiheit drin ist aber auch super atmungsaktiv der Code also die 30 Prozent spart ihr bis nein bis zum 21.06 spart ihr die 30 Prozent aber bis 0 Uhr bekommt ihr wie gesagt auch noch ein Teil gratis bei einem Mindestbestellwert von 89 Euro ich möchte gerne noch was in die Gewichtspielstasche packen oh ja oder möchtest du was aussuchen ja doch ich würde gerne was aussuchen und zwar finde ich wir haben ja jetzt eine lange Leggings schon drin ne ja das steuert war eigentlich ganz cool oder für den Sommer auf jeden Fall also ich hätte jetzt auch gerne eine an deswegen würde ich sagen wir nehmen auf jeden Fall hier diese schöne mit Mindfarben ne finde ich richtig schön und welche Brown nehmen wir dazu kommt was farbiges boah ich würde fast Geld sagen oder ja das passt fast die Farbe wie findet ihr das Set soll das in die Tasche dann schickt mal hierherherzchen oder so dass wir das sehen können ähm ich würde es trotzdem schon mal rein tun einfach weil es schön ist Tina fragt auch ob die Klamotten schlabbern wenn man abnimmt nein tun sie wirklich nicht ähm die sind wie eine zweite Haut die sind wie eine zweite Haut dadurch dass die auch alle diesen Shapes guck mal da kommen ganz viele Herzen ach wie schön sehr schön dann ist das Set jetzt drin das Set ist schon drin ist drin im Waren äh hier wie nennt man das Gewinnspiel Tasche äh die die leiern nicht aus die Klamotten oder schlackern auch nicht wenn man abnimmt ähm die fühlen sich immer noch sehr 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 gut an es kann sein dass wir vielleicht mal ein bisschen rutschen zum Beispiel beim Hullern aber ähm überhaupt nicht unangenehm im Gegenteil also die werden die bleiben bequem und ich habe beide schon ich habe sowohl abgenommen als auch schon ähm äh Toni fragt nach den herausnehmbaren Cups also im Prinzip alle Bras haben herausnehmbare Cups auch das hier zum Beispiel hat herausnehmbare Cups beim Waschen nehmt ihr sie auch raus ähm ich habe auch schon das eine oder den einen oder anderen Bram mit den Cups gewaschen das Problem ist einfach dass die sich dann verziehen oder verknicken ähm deswegen nehmt die beim Waschen raus ansonsten haben die alle Cups und mal so als Tipp jetzt von mir ich mache das öfters weil ich habe zum Beispiel durch die Schwangerschaften und so zwei unterschiedlich große Brüste und ich nehme oft einen Cups hier raus und tue es da mit rein dann habe ich hier zwei drin hier eins echt jetzt? ja da ich gewusst wie Freunde gewusst wie ne also das ist wirklich das Gute dass manche brauchen gar keine Cups manche brauchen die Cups ich brauche halt da zwei da ein ja ähm wie gesagt der Code lautet Reise benutzt ihn sehr sehr gerne ähm für dich bei dir würde ich mich freuen wenn ja ne wenn äh du dich nochmal umziehst ich bin gespannt was du uns dann zeigen wirst ja äh wie gesagt wenn ihr Fragen habt stellt sie gerne ich komme einfach näher hauptsächlich damit ich nicht so in der Sonne stehe ich schwitze nämlich schon fast ihr es noch nicht gemerkt habt äh der Code Reisen ist gültig für alle die jetzt erst zugeschalten haben ihr spart 30% bekommt bis 0 Uhr ein Teil aus dem Free Gift Chooser gratis ähm egal was ihr hängt hier hängt auch den haben wir ja gerade schon in den in die Gewinnspieltasche gepackt ihr seht das ganz viele nutzen den zum Beispiel als ganz normalen BH die tragen dann keinen richtigen BH sondern wirklich immer den der ist super weich auch hier habt ihr die abnehmbaren rausnehmbaren kaps nicht abnehmbaren und äh habt einen richtig guten Halt damit also die Auswahl im Free Gift Chooser ist gerade auch im Blick auf den Sommer sehr 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 schön ähm stöbert da gerne mal durch wie gesagt äh Reisen ist der Code es wurde gefragt wie mein Set heißt das heißt Aurelia mit Set nein ihr könnt hier drauf klicken hier ne seht ihr das hier oben klickt da einfach drauf da seht ihr es da seht ihr auch direkt die anderen Farben auch bei den anderen Teilen also klickt einfach immer da drauf da steht der Name da stehen die anderen Farben ihr könnt euch die schon mal in den Warenkorb tun oder wie auch immer markieren Screenshot davon machen ich empfehle euch auch immer noch ein Screenshot von dem Code zu machen den euren Freunden zu schicken weil sich das lohnt auch eben im Hinblick auf das Gewinnspiel ähm ja was ich euch noch zeigen möchte ist einfach die Varietate also ihr habt alle Klamotten die ihr seht ihr könnt immer auf die Teile klicken ihr habt die in ganz 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 vielen Farben ähm in unterschiedlichen Größen auch viele Sachen mittlerweile in Petit ich habe jetzt hier das ist so gerade an der Grenze dass die ein bisschen zu lang ist bei meinen kurzen Beinen aber für welche die noch kürzere Beine haben gibt es ganz ganz viele Sets in Petit wie auch eben das hier das ganz neu ist und wirklich das ist limitiert also ähm das ist jetzt eben die 7,8 Hose mit dem Schlitz hier unten seid schnell falls ihr es braucht ähm ja also wirklich wirklich schön die ist so ein bisschen gerippt nicht ganz so krass wie das hier oben aber angenehm sehr 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 angenehm auf der Haut denkt bitte an den an den Code wenn ihr ihn nutzen möchtet ihr seht auch gerade die Pam kommt zurück seid gespannt was sie anhat ihr sie das schreit nach Sommer guckt euch das mal bitte an na schreit nach Sommer schreit nach na was hast du an macht bitte Herzen das ist so ja bitte das umziehen war jetzt grad schon ein bisschen an also das ist jetzt ein absoluter City Look würde ich jetzt mal sagen voll nachmittag einfach die Hose ist absolut hat eine richtig gute Länge ach wo ist das mal klar kommt ihr sie hat ein Body an ne also ähm das was sie trägt ist ein Body das ist der Sydney Body ähm richtig richtig schön hat hier breitere Träger das heißt ihr könnt da ganz entspannt einen bra also einen normalen BH untertragen so wie ich zumindest bei dem weißen zumindest bei dem weißen bei den anderen ist es jetzt nicht so es gibt die auch in anderen Farben und das tolle ist wirklich ihr könnt die im Schritt easy auf und zu machen sonst wäre das ein bisschen schwierig gerade wenn man schnell zur Toilette möchte oder was auch immer mit Druckknüpfen ganz ganz schnell gemacht und wichtig ähm die stören nicht weil viele überhaupt nicht die stören wirklich unten an dem im Schritt nicht und auch beim Hullern es verrutscht nichts ja die sind perfekt zum Hullern manchmal wenn man ein T-Shirt an hat oder so beim Hullern die verziehen sich gerne mal der Body bleibt da wo er sein soll ja das ist der Vorteil an einem Body finde ich und den kann man natürlich auch mega kombinieren ich habe jetzt das kombiniert Moment hier mit dem mit der Beverly Sweat Pad in Pink die Länge ist natürlich echt mega da sieht man hinten einfach gar nichts ist lang genug die hat hier über den meisten Sweatern auch und bei den anderen Joggern die Ocean's Apart hat die magnetische Tasche das heißt ihr könnt irgendwas rein tun zum Beispiel Geld wenn ihr jetzt keine Tasche mitnehmen wollt oder sonstiges oder das Handy da passt auch das Handy rein ganz egal dann könnt ihr das hier verschließen und dann habt ihr das auch immer alles am Körper und den passenden Sweater natürlich dazu in der richtigen Farbe und 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 es gibt so viele T-Shirt die gibt es natürlich auch in mehreren Farben und da wir ja dieses Jahr wirklich knallige Farben im Trend haben haben wir sie einmal hier in blau in gelb in rot und 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 unisex das heißt für die Männer natürlich auch ist auch ein ganz ganz tolles Geschenk für eure Männer oder Freunde, Brüder Väter werwar also das ist ein tolles Geschenk und generell ein schönes allerdings es wurde übrigens gerade ehm einmal gefragt wie Pan's Set heißt das verrate ich euch gleich es kam nämlich auch die Frage von Petra rein und zwar nach unserer ehrlichen Meinung zu der Qualität Da kann ich wirklich, ich stehe zu 100% hinter den Klamotten von Ocean's Apart. Und ich muss auch sagen, ich habe die mittlerweile ja auch schon einige Jahre und die Qualität wird besser. Jetzt geht es nicht mehr besser, würde ich sagen. Also es ist einfach perfekt. Aber auch Ocean's Apart hat sich natürlich entwickelt in den Klamotten, in den Sets, in den Passformen. Zu 1000% bin ich überzeugt davon. Und gerade auch zum Holland. Ich habe meine Sachen auch schon oft gewaschen. Wie gesagt, auch schon mit den Cups. Das solltet ihr nicht tun. Aber auch das ist kein großes Problem. Ja, was? Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, welches Set würdet ihr denn wählen? Steht ihr mehr auf sowas? Richtig gemütliches oder was cooles? Oder eher das Citytrap hier? Genau. Oder dann doch richtig macht gerne mal so farbige Herzen. Zum Beispiel ein pinkes, wenn ihr sowas geil findet. Ein braunes, wenn ihr sowas geil findet. Oder ein schwarzes, wenn ihr die ganz klassischen Sets gut findet. An der Stelle nochmal den Code erwähnt. Er lautet Reise. Ihr spart 30% und bekommt bis 0 Uhr bei einem Mindestbestellwert von 89 Euro auch noch ein Teil aus dem Free Gift Trooser gratis mit dazu. Auch das ist ein richtig, richtig schönes Set. Das ist im Free Gift Trooser, habe ich ja eben schon gezeigt. Nach 0 Uhr bekommt ihr noch weiterhin die 30% dann ohne Mindestbestellwert. aber das lohnt sich wirklich. Schreibt auch gerne mal da rein, wie viele Sets ihr zu Hause habt. Ich weiß nämlich, viele haben schon einige Sets und was so, guck mal, die macht direkt drei Herzen. Ähm, was so eure Lieblings-Sets von Aussie zu spart sind. Ich, äh, würde jetzt auch gerne mal sehen, wie man das Set in noch ein bisschen sportlicher kombinieren kann. Das ist jetzt eher so ein City-Look, wie auch immer. Ja, deswegen kommt die liebe Nock noch mal rein, die, äh, trägt die gleiche Hose. Hallo! Ja, die Schwester. Ja, oder? Und ich bin die Mutti. Die Mutti ist so ein bisschen zwei kleinen Kindern, sondern... Aber, ähm, ich kann mal kurz näher kommen. So, ich trage hier nämlich die Shorts, die Pamel mich anhatte, weil, ähm, wir kennen es alle, wir reisen manchmal mit so einem kleinen Handgepäckskoffer, richtig? Ja. Und dann haben wir nicht so viel Platz und daher dachten wir, wir zeigen euch ein paar coole Looks, ähm, mit wenigen Teilen, aber mehrere Styles. Und das finde ich halt so cool, bei Aussie zu spart kann man mit alle Teilen, mit allem wirklich kombinieren. Voll. Und das sind jetzt von den Farben her das Gleiche, was Pam gerade anhatte. Weiß oben rum, pink unten, trotzdem sieht das nochmal anders aus. Und der zum Beispiel gibt jetzt ein bisschen mehr halt als der Body zum, zum Beispiel Joggen gehen oder Sport machen an sich. Pam hat sich übrigens gerade rausgeschlichen, habe ich gemerkt. Und, äh, macht hoffentlich einen neuen Look. Ich würde nämlich gerne ihren neuen Look mal sehen als, äh, Abendlook. Genau. Und ich kann euch nur kurz sagen, welche Größe ich jetzt in Top trage. Das ist das Angels Top. Ihr seht es ja auch direkt hier nebenan eingeblendet. Größe M auch hier oben. Und die Größe S in der Pant, also in der Shorts meine ich jetzt, die Beverly Sweat Shorts. Und ich mag diese Länge total. Die ist nicht zu kurz, ist keine Hop-Pant, aber auch nicht zu lang. Also, perfekt auch. Und auch wirklich für die Männer gut. Denkt an eure Männer. Das ist eine tolle, tolle... Ey, wie cool wäre das, wenn ihr auch mit eurem Typen oder Mann oder wen auch immer Partner einen Partnerlook machen könnt. Genau. Und, ach, ich habe noch eine Frage gerade gesehen. Welches Set ist mein Lieblings-Set? Also, ich bin gerade richtig begeistert mit dieser Kombi. Auch das, was Pam anhatte. Ja. Diese rosa-weiß. Du hattest auch heute den ganzen Tag den weißen Bullen. Ja, genau. Den Bullen mag ich auch so. Aber ich bin auch so ein sporty Girl. Weil ich mag, ähm, ich mag wohl gerne dieses Sport-Set hier. Das, so, die Soho-Pant mit dem Neck-Holder-Bra. Ist ja ein Free-Gift-Chooser, ne? Ja, schwarz geht erstens immer. Ich mache viel Sport. Alle Sets sind übrigens atmungsaktiv. Ja. Und ihr bekommt das gratis. Mit dem Code. Ja, der lautet Reise. Ihr spart 30% und bekommt noch ein Teil aus dem Free-Gift-Chooser. Ich habe mir die Gewinnspiel-Tasche geschnappt, die ihr ja gewinnen könnt. Weil ich dachte, ich packe nochmal was rein. Wir haben gerade die ganze Zeit über die Sweatpants, äh, Pant, ge-ge-gesprochen. Äh, dann machen wir die doch auch einfach mal da rein, würde ich sagen, ne? Da packe ich jetzt die Sweatpants passend mit einer Hose. Gras ist im Sommer ein absolutes Must-Have für den Urlaub. Immer schnell reingeschlüpft, gut kombiniert. Und somit haben wir drei tolle Sets in der Gewinnspiel-Tasche, die ihr gewinnen könnt, wenn ihr den Code Reise nutzt. Dann seid ihr automatisch mit im Gewinnspiel und das läuft bis zum 21.06. Richtig. Ich sehe, dass die Pam wieder da ist und wir müssen sie wirklich loben. Ihr könnt jetzt ganz viele Herze entdecken, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr warm hier. Und sie hat sich jetzt auch nochmal warm angezogen. Deswegen kommen bitte rein. Alles für die Ops. Alles für euch. Alles für euch. Alles für euch. Weil wir hier so unsere kleine, wir sind jetzt Freunde. Und dann macht man sowas. Ja. Wir sowieso. Aber das doch sowieso. Ja, was hast du jetzt an? Ja, mein City-Trip auf jeden Fall sehr erfolgreich. Portugal war sehr, sehr schön. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich mir hier eine Lederjacke übergeschmissen. Und habe hier die Amaze-Pant angezogen. Oh, die macht auch einen Nice-Nun. Oh, die merke ich gerade. Ja, das ist jetzt sozusagen mein Auslook für den Abend. Die hat auch hier unten, ich glaube, man erkennt es, einen eher weiteren Schnitt. Aber finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich sage, normalerweise immer eine S in den Leggings von Oceans Apart. Aber in der habe ich jetzt einfach eine M genommen. Ich finde es jetzt einfach besser. Tüttlok. Genau. Deswegen nochmal der Code, wenn ihr shoppen möchtet. Ihr bekommt 30% Rabatt. Nutzt den Code. Das ist so wichtig. Und seht ihr, sie hat immer noch den Body an. Achso, ja, das habe ich gar nicht erwähnt. Ja, ja klar. Deswegen habe ich mich ja umgezogen, um den Body nochmal zu kombinieren. Ja. Fragen jetzt natürlich vergessen zu erwähnen. Aber man hat es, glaube ich, auch gesehen. Und auch selbst so. Es ist ein cooler Look. Gerade abends zum Essen gehen oder was auch immer. Deswegen, wenn ihr shoppen möchtet, nutzt den Code. Ihr seht es auch nochmal. Das Set, was Pam jetzt anhat, kostet so 150 Euro. Mit dem Code REISE spart ihr die 30%. Seid dann da 105 Euro. Und sucht euch ein Teil aus. Nehmen wir jetzt einfach die Set-Pam, die ich gerade in die Gewinnspieltasche genommen habe, die sie vorher anhatte. Sucht euch die dazu aus. Die kostet normalerweise, ich glaube, 55 Euro. Und somit spart ihr wieder um die 100 Euro. Habt ihr einfach komplett gespart. Ich habe es ja eben schon gesagt, Toni hat jetzt gerade nochmal gefragt nach den anderen Farben der Bodys. Können wir gerne nochmal zeigen. Jetzt habt ihr noch die Chance. Also gerne alles fragen, was ihr wollt. Wir haben den nämlich einmal hier in Schwarz. All Black geht natürlich auch immer. Dann haben wir den einmal hier in Flieder und in Blau. In welcher Größe trägst du jetzt den Body? Ich habe den in, kannst du mal nachschauen? Du weißt das gar nicht mehr. Meine M. Ja. Also grundsätzlich. M, M. Einfach meine Oberstweite auch so ein bisschen geschuldet, muss ich sagen. Ja. Und das ist wirklich angenehm. Ist noch weit genug, wie ihr es seht. Ja. Und der, ich weiß nicht, ob ihr es ja kennt, ich zeige es euch, sind auch gerne da. Und die Bodys, die haben hier trotzdem noch immer so ein bisschen, die haben so ein Shapewear-Bund am Bauch. Er macht also eine richtig, richtig tolle Taille. Und habe es halt eben hier, die Nähte. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Hier ist nochmal die Tasche. Voll gepackt, die Tasche hier. Ja. Wirklich voll gepackt. Es sind drei komplette Sets drin. Das ist jetzt ungefähr 300 Euro, die ihr gewinnen könnt. Ah, weißt du was? Also, darf ich die noch mal drei machen? Na klar. Ah! Guck mal. Der Platz in der Tasche. Komm, das geht schon. Ja, ein bisschen Platz noch da. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist meine Lieblings-Lieblings-Lieblings-Tasche. Äh, nicht Tasche. Die hat hier eine Tasche, da ist nicht ein Komi drauf. Hose. Ich packe die einfach mit in den Kodi. Man muss das ja jetzt auch ein bisschen ausnutzen, dass wir jetzt hier live sind und gar nicht viel sagen können. Aber, das ist jetzt nur eine Leggings. Wir müssen schon, wir haben jetzt ganze Resets gemacht. Also machen wir jetzt auch ein Set raus, würde ich sagen. Und nehmen jetzt noch das Athletic Top hier noch dazu. Okay, Leute. Dann habt ihr sogar über 400 Euro in dem... Also, das packen wir auch noch mit rein. Hier, der Beweis, so wirklich drin. Genau. Ihr bekommt das dann in der Größe, die ihr haben müsst. Also das regelt ihr dann alles mit dem gesamten Team. Nutzt den Code, ich wollte gerade sagen Ellie Reise, aber es war nicht Ellie Reise. Der lautet nur Reise, ihr spart die 30% und bekommt noch bis 0 Uhr einen Teil aus dem Freegift-Chooser. Danach gibt es nur noch die 30% ohne Mindestbestellwert. Wir verabschieden uns jetzt langsam bei euch. Wir haben noch einen schönen Abend hier bei uns in Portugal. Ich möchte euch aber daran erinnern, dass auch das nächste Live-Shopping-Event natürlich ansteht. Und zwar am 25.06. live aus Berlin. Da ist nämlich ein Pop-Up-Event. Da könnt ihr auch so hingehen, schaut euch das an, guckt vorbei oder schaltet ein zum Live-Shopping. Denn auch da erwarten euch wieder tolle Specials im Code. Und ja, wir machen jetzt einen Mädelsabend. Und ihr müsst unbedingt die nächsten Tage einschalten. Egal über offensapart.de, bei Ellie, bei mir, bei den anderen Mädels, die dabei sind. Das wird nämlich richtig auflegen, die nächsten Tage. Wir gehen unter anderem surfen. Also ihr solltet nicht verpassen, wie wir uns da anstellen. Das wird unser allererstes Mal unbedingt dabei sein. Genau, verfolgt uns gerne in den Storys. Jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend und ganz viel Spaß beim Showen. Tschüss!